hallo zusammen heute werden wir die nächste collector tischen auspacken und ja leider nicht froh die ist gekommen auch was heute nachmittag aber besser noch ist gar nichts laut amazon soll es nämlich dass ich angeblich heute gegen drei und zwei zugestellt werden hatte ich erst schon gedacht ja gar nicht mal aber ja es ist da und ja was ich sagen muss die kollekte zwischen selber was alles so drin ist ich muss sagen dass hier gefällt mir extrem gut also ein kompletter karton der wies und diorama gemacht ist mega aber auch noch hier oben drauf also wie gesagt gefällt mir richtig gut lieber sagen tatsächlich in zwei minuten normale kollekte tischen geworden normal bedeutet in dem fall ist tatsächlich nur die inhalt sagen der katzen kratzbomben ab seine vorzüge und ja das schmuckstück dieser gesamten kollektor tischen ist und bleibt natürlich hat die figur und ging ich muss sagen der erste blick schon nicht gerade klein durch versuchen jetzt mal das ganze hier raus zu kommen ach hier hängt es wieder wäre zack wo das gefällt mir das gefällt mir und zwar man kann die figurten gar nicht so mit stehen lassen dann hat man hat im grund dann wie so ein diorama also das ist richtig gut hängen wir hier unten das holen wir aber gleich raus ich bin ehrlich jetzt haben wir sie schon immer hier stehen werde ich wahrscheinlich auch gleich die figur aufpacken wie gesagt das was ich jetzt gesehen habe wie die rakala version an die bin ich ja leider nicht herangekommen muss ich aber auch sagen ich hatte dann auch nicht dieses extreme interesse hat durch hat wirklich hier zwischen den 300 und 229 kündigt also ehrlich sein ich glaube die figur ja alles andere inhalt her sind bei 209 waren die auch etwas so matsch einfach darum für mich als sander ist und bleibt eine tisch in dem spiel mit wird man das ultra und ja die gibt es halt leider hier nicht wunderbar war hammer hat die figur muss ich sagen gefällt mir wirklich richtig müssen wir gleich mal schauen wir sind ja alles dreifach gesichert mit klebeband und hier da aber bitte pokus eine eloi haben sie noch mal nehme ich wahrscheinlich noch ein wenig zusammenbauen aber wie gesagt die Rakala Version die wäre ja noch mal größer gewesen so was fände ich natürlich auch richtig cool aus die hat auch eigentlich eine ordentliche Größe muss man sagen müsste doch klein dann kann ich gleich noch mal gucken wo das rein muss so hier ist der macht zwei Zeige aber was man sagen muss ja ähm der Print ist richtig richtig stark gemacht sieht schon ganz gut aus muss ich mal schauen ach das ist die wie man zusammenbaut ja gut da brauchst du mal gucken den hier nehmen das dicke doll geht okay das ist natürlich so etwas was ich nicht so mag sind schon vorgegebene Löcher zum stecken aber irgendwie fällt nicht jetzt aber hier drüben den Einnehmer drinnen jetzt müssen wir den hier mal noch rein kriegen natürlich auch immer so eine Sache ab dann hm hätte natürlich für das Geld auch ein bisschen sinnvoller gemacht werden können aber man darf halt auch nicht so viel verlangen ja vielleicht nicht doch gar nicht jetzt aber oi ja da haben wir wahrscheinlich nicht so zarthaft rein ähm das hier noch nochmal gucken wird wahrscheinlich hier rechts und links sein zum Glück haben sie ja immer so ein bisschen Farbe gearbeitet tatsächlich muss tatsächlich in die Beschreibung schon ja die Beschreibung macht es wieder, da sieht es ja so einfach aus das ist ja da sind ja ganz dritt ja das ist ja es ist ja Man will es halt nicht abbrechen. Oh ja, klar. Die Stücke ist wund. Ich hausholen krampf hier. Man hätte den Innenraum, was jetzt hier so reingesteckt werden können, auch einfach mal komplett farblich machen können, dann wäre es ein klein wenig einfacher. Jetzt mal Gröte eigentlich. Wir sehen das. Okay, hält nicht. Probieren wir mal die andere Seite. Vielleicht habe ich da wieder mehr Glück. Den roten. Wache. Da erkennt man es wunderbar. Aber bei dem Arm hier... Ist es irgendwie... Ich heim. Ich heim. Oh, ich glaube ich habe es. Gut, das ist etwas, was ich jetzt wirklich nicht so toll finde, weil... Keine Ahnung, ob das andere dann auch so geht, aber... Das ist doch... Ist doch... Das ist genau die richtige Stelle. Das ist die... Überzeugung. Na ja, da fassen wir es jetzt nicht groß an. Da wird es auch halten. Und jetzt noch... Der Abschluss. Gute Frage. Ähm... So... Das war ja gar kein Schwanz. Jetzt kommt der Knüller. Das ist der Rüssel. Das erklärt es. Und das erklärt natürlich einiges. Und der muss hier vorne drauf nehmen. Den kriegt man natürlich mal einfacher drauf. Oh mein Gott. Ich habe echt gedacht, das war noch mal wie ein Schwanz oder so. Was da hinten dran ist. Ne, das war doch Rüssel. Ja, da runter. Und... Hier da. Fugstück ist fertig. Sieht echt nicht schlecht aus. Es wirkt... Also von der Optiker ist es gut gemacht. Aber dieses Rumgefummel jetzt gerade... Das war mir jetzt schon so ein klein... Ein wenig... Kann... Hätten sie ein bisschen vielleicht noch anders machen können. Nichtsdestotrotz... Das ist ja schon mal ganz... Die Figur selber sieht schon klasse aus. So... Jetzt... Ja... Jetzt geht es hier mit weiter. Ich hätte hier auch einen Steelbook dazu. Wie vorhin schon erwähnt. Leider einen Steelbook ohne... Naja... Video Disc. Das ist für mich so ein bisschen makaber. Ich kann es mir auch nachvollziehen. Dass man eine Kollektion rausbringt, Die primär... Sag ich mal... Was digital gehalten wird. Als ja auch diese... Sag ich mal... Digitalkonsolen. Somit hat ja jeder damit auch ein Vergnügen. Oder könnte die auch kaufen. Also sind wir mal ehrlich... Kollektortischen... Die sind meistens alle aufgekauft... Oder ausverkauft... Sag ich jetzt mal... Als ob die jemals auf einer Kollektortischen sitzen geblieben sind. Vor allem haben wir bedenkt... Dass von... Horizon Zero Dawn... Immer noch... Sag ich mal... Die Kollektortischen... Über 4, 500, 600 Euro teilweise... Bei ebay gehandelt wird... Ähm... Wenn man... Wenn man die... An die noch ran will... Ähm... Nob... Einfach nur... Nob... Aber... So sind... So ist halt... Das Wort war langfristig... Immer weiter... Immer wieder sowas passieren... Ich werde mich da... Daran gewöhnen müssen... Dass man dann... So eine Disc... Irgendwann... Angebot von 10 oder sowas... Mal kaufen muss... Wenn man... Als Sammler das haben will... Aber... Ja... Ebenfalls muss ich sagen... 229 Euro... Das Gesamtkursort... Wie gesagt... Der Kollektorischen Karton ist gut... Ja... Mit dem Diorama ist das geil... Plus die Figur... Die Figur ist definitiv... Ihr Geld wert... Müssen wir nicht drüber reden... Aber... Was zur Hölle soll das sein... So... 229... Kann man... Kein großes Abbruch bringen... Ehrlich jetzt... Ihr seid nicht... Wie gesagt... So... Natürlich... Wenn man mal so... Einschaut wieder... Das hat natürlich... Wird das schön gemacht... Ja... Also man hat schöne Konzeptzeichnungen... Alles drin... Ähm... Das ist halt auch gut... Ja... Muss man nicht... Da braucht man nichts anderes sagen... Das ist halt... Schön gemacht... Ich will jetzt auch nicht so viel zeigen... Weil das spoilert hier doch... Ein bisschen stark... Ähm... Naja... Haben wir mal überlegt... Vom preislichen... Die Figur ist definitiv einiges wert... Klar das Spiel selber... Egal ob ich es jetzt... Über den Store kaufe... Digital... Oder ob ich es jetzt... Ähm... Der Dis-Version kaufe... Im Grunde zahlt es... 70, 80 Euro... PS5-Spiel... Ist leider so... Ja... Wenn man das schon mal wegrechnet... Klar die Figur ist... Irgendwas... So ein Spielbook... Das kostet in der Regel... 1 Euro... Inzwischen... 10, 20 Euro... Ja... Recht... Fast schon irgendwie zusammen... Aber ich muss sagen... Die Regalerversion... Das waren jetzt... Sei mir trau... Noch was... Ähm... Ähm... Ach... Sag ich jetzt... Eine andere Zusatz... Muss ja nicht mal drin sein... Also wenn es eine teure Version gibt... Okay... Vollkommen okay... Aber hier... Ist nicht sowas wie immer... Mit Kling-Gimmicks... Ob es jetzt ein Sticker ist... Ob es einmal... Ein Brief ist... Sag ich mal... So eine Nachricht vom... Hersteller selber... Und... Solche Kling-Gimmicks sagen jetzt... Das kostet nicht die Welt... Die mit da reinzulegen... Aber wertet halt... Diese Gesamte... Dem finde ich... Ja... Und... Ja... Das Spielbook sieht klasse aus... Also... Muss nicht drüber reden... Das... Richtig... Richtig gut... Gleich... Ähm... Soundtrack... Ähm... Auch hier einen Gutschein-Trenner... Ähm... Digital... Da hast du halt im Grunde 3... 4 Gutscheine... Wo man sagen kann... Warum hast du nicht eine TIS reingelegt... War auch... Also... Ja... Warum... Oder wirklich... Immer noch... Angeboten... Ähm... Aber ja... Also... Das Innenleben... Sehr schön... Muss ich echt sagen... Jetzt... Gerade die Kamera ein bisschen... Äh... Blenden... Das ist halt... E-book... Sieht halt... Äh... Sieht halt... Äh... Sieht halt... Was... Also... Ist wirklich... Wirklich... Nicht schlecht gemacht... Aber... Ohne... Das ist ein Steepock... Für mich extrem... Makaber... Und grenzwertig... Weil... Es fehlt... Vom Grundprinzip... Immer... Was... Werde... Jetzt... Das... Können... So... Dann... Wir... Das... Mal... Ein... Wenig... Aufbauen... Ja... Das... Werte... Damit... Eindeutig... Nicht warm... Ach... So... Kann man halt auch nicht ankleben sagen... Jetzt... So... Ich muss... Ich werde mir nachher... Echt mal angucken... Wann? Na ja... So... Sieht halt nicht schlecht aus... Man muss es halt... Ich persönlich gefällt die Collector Tischen sehr... Bezogen auf die Figur... Spielbook... Ebenfalls... Egal... Klasse... Artbook... Ist zwar schön... Ist aber... Eindeutig... Eingeraten... Muss man nicht drüber reden... Aber... Muss ich echt sagen... Da ist halt wirklich hier... Dieser Karton... Der ist halt... Ich habe jetzt nicht so viel Mühe... Wie sie sich mit dem... Dieser Verpackung getan haben... Ehrlich... Hier ein Schlicht-Tist-Design... Dafür ein großes Artbook... Oder doch... Nicht-Tist-Passion mit... Also ich weiß nicht... Halt... Sieht halt nicht schlecht aus... In vielen Punkten... Aber... Ich glaube... Da hätte... Ein wenig mehr noch kommen können... Ja... Am Ende mal gucken... Wie das Spiel wird... Ich werde es definitiv... Wahrscheinlich dann... YouTube wieder bringen... Bis ins Team... Und... Da mal reinschnuppern... Erstmal sehen... Wie es nachher ist... Ich werde es auch mal runterladen... Und ja... Dann... Sieht man sich bei den nächsten Videos... Macht's gut...